jo leute und damit willkommen zurück zu mario kart 64 mit dem flash mit centus im schildkröten verteiler nachdem wir den letzten cup silber nur gekriegt haben ja müssen wir mal schauen was wir jetzt rauskriegen weil jetzt kommt diese scheiß beschissene geister level das regenbogen genau wo ist jetzt eigentlich tods level ich glaube tods level war hier da das ist tods strecke die erste dschungel parkway kommt ja auch noch stimmt ja oh mein gott da musst du den titel und den kann ich nicht holen dessen strecken für mich und ich weiß nicht mehr ob ich das hinkriegt das versagt ich definitiv weiß ich nicht ist aber gut für dich das weiß ich gar nicht jetzt aber wirklich am ruckeln nein die gräber gibt mir doch etwas aber macht die dinger was gewinne ich den vater gesprungen ja das ruckelt nicht es hat nur so ein 1 1 nütchen leck immer so finde ich ja aber dauerhaft war diese scheiß dinger näher ja ob ich fütter gleich abbremsen das ist die strecke ist total kacke wie das ist die jona strecke für mich bin ich froh wenn ich zweiter unter werde die geschwindigkeit sich dadurch auch ändern dass wir können ja freunde seiner dem ding da wieder zwischen gemogelt außer mich ja nee das war für die wie das da dann erst kam dass er dann immer alle zwei die weg auch die scheiße weiß ich gar nicht mehr und vor allem besser auch wieder zu geil ich fahre gegen wahre gegend und fange an zu rutschen boah die strecken aua ihr nüßchen aua irgendwie das lenken letzten ja mich hat sie nicht mitgehauen nein nicht schon wieder aber ich konnte mich dass wir grad voll an machst du wir schaffen die das denn aber jetzt geht sie dann das sein für mich normal wirklich so hat sich viel verändert also das weiß hat sich jetzt nicht verändert du musst bedenken dass sie auch unsere internet leitungen sind wirklich komplett unterschiedlich und wir gehen an zwei verschiedenen enden hier spielen ja aber eben haben wir es nicht gehabt ich glaube vielleicht dass er zu lange offen ist kann auch sein natürlich kann aber auch im leben liegen also als maul heißt ja ok joshii rutsch out joshis erster ja muss joshii doch auch mal sein weißt du doch ok gönn ich joshii brauchst ihn aber trotzdem nicht gönnen ja ich kann doch nicht hoch ja der grab da sich ernsthaft so hoch ja mit dem stern ging das besser aber baut er diese kleinen ich rutsch mal weg ich hasse diese fetten die fetten fischer gehen mir so auf den sack ja was willst du von mir schön ich bin noch wonder gerutscht wieder ich dachte es ist es hallo geht mit mir wenn ich mit ihr rede ich wollte nix sagen ich habts schon gesehen ey ich wollte ihr doch so ein item gönnen mhm weiter und die kurve schaffst du hier unten nie oder was ne ich hab ich weiß aber wie ich grad nein 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 wir können ja noch freunde werden jetzt ist mir egal ja das ding hätte ich ehmlich getrunken ich glaube die wäre auch nur kaputt gegangen aber ich glaube die kommen an ich will den ankommen ja bei nettes level muss ich sagen kreis nun 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 denn ist das nix spring 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 nö ach Slider jetzt hat es mich getroffen woa hak entest aha aha okay ne danke ey das würde dich nicht weg machen wollen wenn du die wand ankackst nur wieder acht minuten Wie machst du dann so Sprüh und so'n Sprühmuster, so pffft? Fick dich. Äh, komm schon, bitte dich. Das warst du, nicht ich. Nee, du. Du? Guck mal, jetzt hat mich sogar Mario noch eingeholt. Du bist der Schlumpf, der. Guck mal, du bist sogar Fünfter in der Tabelle. Hm. Aber weil der Rest auch Null hat. Nö. Neeeeeein. Yoshis Eierkacklein. Ist das nicht mit diesen Millianen? Oh ja. Wo du noch nicht mal weißt, wer erster und letzter ist. Ja. Ja, geil. Äh, wie war's denn noch mal? Ach ja, Moment. Was ist das denn? Ach nee, liebe Scheiße, Ikilo. Ach nee, liebe Scheiße, Ikilo. Hm, hau ab, Mario. Hier ist, das ist die Stelle, wo du so rundherfallen kannst. Ja. Hm, hau ab, Mario. Ja. 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 Wie macht sie das mit dem Ei hier? Ich dachte, wir können Freunde werden. Meinst du? Ja. 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 Aber dieses Kacklevel. Das ist so richtig. Du weißt gar nicht, wo du langfahren musst. Am besten. Da gibt's aber auch nen Trick. Ja. Ja. Wolle, du verschwendest voll die Zeit danach durch, wenn du komisch fährst. Oh, was ist das denn unten los? Meine, ich fall runter. Okay, ich bin jetzt fünfter. Nee, noch nicht. Doch, ich bin fünfter. Jetzt kommst du jetzt bis zur fünfter. Ach, sehr ruhig. Ja, Mario, du kleine Missgeburt. Da hatten sie alle drei Mario bekommen. Ja. Hässiger Pisser. Alter, das Ei. Jetzt fahr ich noch unter dem Ei, oder was? Ja. Ja. Au, 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 au. Ahaha. Okay. Hier grüpp' ich erstmal schöne Bananen hier. Mario, du Pisse, hau ab Warte, wenn Mario bei dir ist, dann kannst du nicht so weit hinten sein Ja, jetzt nicht mehr Bin ich nämlich auch nicht War so weit hinten Okay, erster bin ich noch Oh, Bowser, du kleiner Pisser Bin vierter Nee, fünfter Jetzt bin ich vierter Hab ich da dran gesehen, weil eben noch zwei in Ziel sind Ja, da kannst du es gut abchecken Jetzt bin ich fünfter, ja Nee Bin sogar Sechser Hallo? Okay Wo kommen die Flachzangen denn alle her? Ey, das ist doch voll die Mugelei hier Ja, und Donkey Kong gibt in dem Moment Blitz Ich mag dich auch Ist klar Der ist kaputt gegangen Oh, nett Abgebreit Peach Tschüss Schade Peach Peach Wollen wir nicht irgendwie Freunde werden oder so Machst du Keine Lust Bevor falsch gefahren ist Ich bin jetzt erst recht letzter Aber so richtig letzter jetzt Oh, Igelfeld Oh, Igelfeld Oh, Igelfeld Arschloch Hallo? Arschloch Arschloch Fett nett Nein Nein Oh, der Controller kann was ab Ah, was bin ich denn jetzt? Ja Ich hab die Snitcher eingeholt Wie gesagt, ich bin letzter Aber ist da einer bei dir in der Nähe Ja, schön, ich kriege eh nicht Er muss doch irgendwo sein, ja Siehst du, ich schüttere Richtig am rumschieten Ja Alles Alles hier Guck mal, siehst du Wie weit der mit einmal vorne war wieder Ja, keine Ahnung, wie die fahren Jetzt ist er irgendwo reingefahren Ja, wie ist der denn? Hä? Der ist nicht so reingefahren Der ist neben dir Mit einmal LOL Vielleicht warst du auch die ganze Zeit immer siebter Und hast du es nur nicht mitbekommen Nö Der war ja mit einmal wieder weiter vorne mit einmal Ja, vielleicht warst du es auch Nein, war ich nicht Das will ich nicht sagen, Jola Mann Meine alte Erfahrung als Opernel mit 80 Darf ich das nicht so sagen Na ruhig Nee Ist totstolz wieder eingeholt hier Du musst ja richtig abonnieren, der will gerade Oder in der Ey, das Ich glaube, ich habe eine gute Strecke gefunden Also in der durchzufahren War ein bisschen komisch, aber Und willkommen auf der Endcard von Mario Kart 64 Wenn ihr links auf den Luigi kommt ihr zu Centos Rechts kommt ihr auf meinen Kanal Und in der Mitte auf den kleinen Bildschirm Kommt ihr zum ersten Video von Mario Kart 64 Lasst eine Bewertung da Vergisst nicht zu liken oder zu abonnieren Wenn es dir gefallen hat Bis dahin, bis zur nächsten Folge und tschüss Bis dahin, bis zum ersten Video von Mario Kart 64 Bis dahin, bis zum ersten Video von Mario Kart 64